Sind IT-Zertifizierungen sinnvoll? Also ich spreche jetzt nicht von Zertifizierung für Unternehmen, sowas wie ISO 27001 oder so, sondern ich meine stattdessen Zertifizierungen, die für Personen sind, also dass man zum Beispiel zeigen kann, dass man sich mit Microsoft-Technologien auskennt. Und es gibt ja manche Leute, die finden solche Zertifizierungen nicht so cool, aber ich persönlich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Weil ich hatte damals, als ich meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration abgeschlossen habe, danach echt Probleme, eine neue Stelle zu finden. Und dann habe ich so einen Kurs gemacht, um mich weiterzubilden, damals zum MCSA für Windows Server 2008 und für 2012. Und damit in der Tasche war jetzt die Jobsuche trotzdem kein Selbstläufer, aber ich habe dann nach einiger Zeit einen Arbeitgeber gefunden, der das halt richtig cool fand, dass ich da die Zertifikate habe und habe dann da als IT-Consultant, als IT-Berater angefangen, vor allen Dingen mit Fokus auf Microsoft-Technologien. Und als IT-Unternehmen kann man auch Microsoft-Partner werden. Und da gibt es dann auch so verschiedene Partnerstufen und Spezialisierungen und sowas alles. Und für die verschiedenen Stufen und Spezialisierungen, die man da so machen kann als Unternehmen, braucht es auch entsprechend zertifizierte Mitarbeiter. Und deswegen fand mein Arbeitgeber damals das auch nicht einfach nur cool, und hat gedacht, hey, hier, Andreas hat da irgendwie seine zwei Zertifikate in der Tasche, sondern dann gab es dann auch noch die Möglichkeit, dass ich mich dann da während des Jobs auch immer noch weitergebildet habe. Und jetzt selbst unabhängig von der Microsoft-Partnerschaft ist das natürlich auch ein super Aushängeschild, wenn man als Beratungsunternehmen sagen kann, hey, hier, unsere Mitarbeiter sind auch Hersteller zertifiziert, die kennen sich wirklich aus mit der Technologie. Wenn ihr euch fragt, was gibt es denn so für Zertifizierungen von Microsoft? Hier gibt es so eine Übersichtsseite, die ich natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinke. Und für einen ersten Überblick gibt es so ein Poster hier. Und die Zertifizierungen sind mittlerweile auch ein bisschen anders als damals, als ich damit angefangen habe. Also es gibt jetzt nicht mehr ein dediziertes Zertifikat für Windows Server 2025 oder so, sondern jetzt würde es zum Beispiel hier Windows Server Hybrid Administrator Associate geben. Also der Fokus ist jetzt hier mittlerweile so ein bisschen weg von den Technologien und mehr so ein bisschen auf Rollen. Aber trotzdem sind die Rollen natürlich auch immer noch stark mit den Technologien irgendwie verknüpft. Außerdem gibt es hier noch unterschiedliche Stufen. Also wir haben hier am Anfang die Fundamentals. Das ist wirklich dafür gedacht, wenn ihr euch so in dem Bereich noch überhaupt nicht auskennt. Und ich habe auch mal spaßeshalber ein paar von den Prüfungen dafür gemacht, von den Zertifizierungen, weil es irgendwo kostenlose Veranstaltungen dafür gab, dass das so in ein, zwei Tagen da mal geschult wurde. Und am Ende hat man dann noch einen Prüfungsgutschein bekommen. Also hat gar nichts gekostet. Denn ansonsten kostet die Prüfung von so einer Fundamentals-Prüfung jetzt hier 76 Euro. Ich glaube, da ist die Mehrwertsteuer nicht drin enthalten. Und dann die ein bisschen größeren Prüfungen, also Richtung Associate Expert Level, die kosten auch einen kleinen Ticken mehr. Da ist die Prüfungsgebühr 126 Euro. Also Ticken teurer, aber auch nicht unendlich teuer. Und wenn man sich auf so eine Prüfung vorbereiten möchte, dann gibt es im Grunde zwei Methoden. Entweder man macht komplett Selbstlernen oder man geht zu einem Kurs hin. Wenn ihr selbst lernen wollt, gibt es an sich auch schon hier so Learning Paths online bei Microsoft. Aber ich finde die alleine, die hauen es noch nicht so richtig raus. Also man muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter ausprobieren und noch im Internet schauen, in irgendwelchen Blogs und so weiter, ob man noch weitere Infos findet. Aber an sich ist es völlig möglich. Und ich habe die meisten meiner Prüfungen, meiner Zertifizierung bei Microsoft auch mit Selbstlernen gemacht und nicht mit bezahlten Kursen. Denn die sind tatsächlich relativ teuer. Also das kostet Tausende von Euros. Also schon krass. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, dass sowas dann vielleicht auch der Arbeitgeber bezahlt. Oder falls ihr gerade arbeitssuchend seid, dann kann es auch sein, dass vielleicht die Bundesagentur für Arbeit das so als Weiterbildungsmaßnahme bezahlt. Es gibt auch so ein paar Anbieter, wo dann im Grunde Kurse verkauft werden für ein Heidengeld. Und dann sind es letztendlich aber auch nur wieder so Videokurse, die man abruft. Und da finde ich dann so Tausende von Euros ein bisschen prall für. Aber hey, wenn es einem hilft, irgendwie da die Zertifizierung zu bestehen und das so die bevorzugte Lernweise ist, asynchron, dass man sich die Videos einfach nur reinzieht, dann hey, warum nicht? Und wenn ihr jetzt so eine Prüfung noch nie gemacht habt, dann fragt ihr euch, wie läuft so eine Prüfung eigentlich ab? Also das sind grundsätzlich so Richtung Multiple-Choice-Tests einfach, die man machen kann. Man hat eine gewisse Zeit für. Kommt, glaube ich, immer ein bisschen auf die Prüfung an, wie viel Zeit man hat. Aber man kann die Prüfung dann wahlweise in einem Testzentrum irgendwo vor Ort machen. Da gibt es dann so extra Prüfungsräume mit einem Computer, wo man hingehen kann, um dann die Prüfung zu absolvieren. Oder man kann es auch von zu Hause aus machen. Aber da muss man dann so ein bisschen schauen, dass die Räumlichkeiten auch passen. Also man braucht zum Beispiel eine Webcam dafür, Mikrofon und so weiter und muss schauen, dass dann da halt niemand anderes während der Prüfung im Hintergrund rumläuft oder zu hören ist oder so. Weil sonst kann es sein, dass das als Schummelversuch gewertet wird und dann hat man direkt automatisch verkackt und die Prüfung ist halt durchgefallen. Ist mir so in der Form noch nicht passiert, aber ich hatte schon mal so ein bisschen technische Probleme bei einer Prüfung und das ist dann halt echt, ist schon ein bisschen so Stresssituation. Du willst ja die Prüfung bestehen und dann kackt da irgendwie die Kamera ab und dann hast du da so einen Online-Aufsichtiger, der dann schaut, dass du nicht schummelst und das war echt nicht so geil. Es gibt aber mittlerweile statt diesen Standard-Zertifizierung von Microsoft, die dann ja schon stark theoretisch sind, auch sogenannte Applied Skills. Also die nennen es jetzt hier nicht so richtig, dass es eine Zertifizierung ist, aber auch dafür gibt es ein Poster und auch dafür gibt es dann Online-Lernmaterialien. Also wenn euch hiervon irgendwas interessiert, könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr dazu Online dann lernen bei Microsoft. Also hier zum Beispiel irgendwas mit Microsoft Defender XDR, gibt es dann hier Prepare for the Assessment, gibt es so ein bisschen Online-Materialien, was man machen kann. Und wenn man sich dann ready fühlt für die Prüfung oder für das Assessment, dann kann man das Online machen und kriegt dann da so ein Szenario vorgesetzt, dass man irgendwas Bestimmtes auch lösen muss. Also wirklich dann praktisch. Und das finde ich ganz cool, so als zusätzliche Sache zu den normalen Zertifizierungen. Aber kann man natürlich auch unabhängig davon machen. Ich habe davon bisher erst eine gemacht zu Active Directory und ich würde mir wünschen, dass es einfach noch ein paar mehr Prüfungen hier gibt von den Applied Skills, weil die meisten finde ich nicht so interessant. Aber das Coole an denen ist, die kosten halt gar nichts. Ansonsten egal, ob Microsoft Applied Skills oder die richtigen Zertifizierungen, es gibt natürlich immer Leute, die sich da irgendwie durchmogeln wollen. Also es gibt theoretisch im Internet dann auch Leute, die dann die potenziellen Fragen aus den Prüfungen irgendwo online posten und die können dann natürlich einfach auswendig gelernt werden. Das ist zwar gegen die Prüfungsregeln, aber Leute machen das und ich würde das tatsächlich nicht empfehlen. Nicht einfach nur, weil es gegen die Regeln ist, sondern weil es auch ein bisschen bescheuert ist. Also dann hast du am Ende da so eine Prüfung bestanden, aber kannst nichts. Also in der Praxis fällt es einem dann doch wieder auf die Füße und kann man sich dann auch einfach sparen. Und ich fand eigentlich dann immer die Zeit dann für die Prüfungsvorbereitung halt auch richtig nützlich, mich dann wirklich mal mit so einer Technologie intensiv auseinanderzusetzen und das zu lernen. Also man kann es auch einfach ordentlich machen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch zig andere Zertifizierungen, die man machen kann. Gerade im Security-Bereich gibt es auch Prüfungen, die sind dann noch ein bisschen härter. Also dass man da dann auch wirklich mehr Vorbereitungszeit auch noch braucht und dann da auch richtig was zeigen muss, dass man da zum Beispiel irgendein System dann in einer längeren Phase hacken muss und dann auch die Dokumentation dazu schreiben und das wird dann auch richtig reviewed. Nicht einfach nur so ein Multiple-Choice-Zeug. Ansonsten so zu IT-Infrastruktur-Zertifizierung kann ich leider nicht sonst großartig noch was zu anderen Herstellern sagen. Es gab damals, als ich in der Berufsschule war, tatsächlich dort die Möglichkeit über die Berufsschule noch eine CCNA-Prüfung zu machen, also so eine Cisco-Zertifizierung und ich habe da nur in einem Semester dann mitgemacht und fand es dann irgendwie ein bisschen langweilig, habe es dann nicht durchgezogen. Fand ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade, also wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, irgendwo was mitzunehmen, ich würde es auf jeden Fall machen. Und ich überlege jetzt gerade die SC100, also die Microsoft Certified Cyber Security Architect Expert-Zertifizierung demnächst mal anzufangen, dafür zu lernen und so, weil ich das thematisch ganz interessant finde. Wenn ihr da auch Interesse dran habt, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Ich könnte vielleicht sonst auch so eine Art Videoreihe daraus machen. Und ansonsten würde mich interessieren, was sind so eure Erfahrungen, eure Meinungen zu IT-Zertifizierung? Habt ihr welche gemacht? Kennt ihr welche, die vielleicht Prüfungen gemacht haben, aber gar nichts können oder so? Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar. Und ansonsten, wenn ihr es interessant oder nützlich fandet, dann lasst bitte ein Like hier auf YouTube da, abonniert den Kanal und ansonsten, danke fürs Reinschauen, haut rein!